Das ist das eine, das andere ist die Gastfreundschaft. Ich denke, eine wesentliche Dimension fast aller Ordensregeln ist die Gastfreundschaft, gerade auch Augustinus oder Benedikt oder Nick. Die nationische Tradition ist die stärkere Sendung, das wird jetzt hinausgehen, aber beides, glaube ich, gehört zusammen, die Gastfreundschaft, ein Ort zu sein, für andere und singen. Ich schaue jetzt etwas auf die Zeit, ich glaube, ein Viertel nach soll ich fertig sein, damit vielleicht drei oder noch ein inhaltlicher kurzer Grund und dann drei kurze Gedichte. Ich denke, die Ordensgemeinschaften haben, wie die Kirche insgesamt in unseren Breiten, auch das Problem, dass es eine gewisse Verrechtlichung für Bürokratisierung gibt, dass wir relativ viel Energie dafür hergeben oder verbrauchen, wie wir uns selber verwalten. Einer der ersten, das sich kritisch mit der Bürokratisierung der deutschsprachigen Kirche auseinandergesetzt hat, war wiederum Alfred Depp. Die Verbürgerlichung und Bürokratisierung führt zu einem Menschen-Güpf, so Depp, vor dem selbst der Geist Gottes, man möchte sagen, ratlos steht und keinen Eingang findet, weil alles mit bürgerlichen Sicherheiten und Versicherungen versteht ist. Und dieser Bürger ist für ihn das ungeeignetste Organ des Heiligen Geistes. Und deswegen müssen der bürgerliche Lebensstil und auch die bürokratische Kirche unter das schöpferisch und heilende Gericht der Anrufung des Heiligen Geistes gestellt werden. Depp schreibt von einer neuen Leidenschaft, die sich aus der äußeren Aufgabe und dem Wachstum des inneren Lichtes entzünden muss. Die Leidenschaft des Zeugnisses für den lebendigen Gott, denn den habe ich kennengelernt und gespürt. Dios so basta, das stimmt. Die Leidenschaft, das sind uns um Menschen, der lebensfähig und lebenswillig gemacht werden soll. Und dazu gehört letztlich auch die Anbetung dazu. Die Anbetung als Spure der Sehnsucht und der Leidenschaft. Ich denke gerade, wenn wir heute gefragt werden, was sollen wir tun, was wollen wir tun, angesichts dessen, was rechts oder her geworfen wird, Nein, das können wir sicher tun und das ist, glaube ich, auch die Quelle. Und die Anbetung. Ich komme zum Schluss. Ein guter Freund von mir ist Andreas Schnapp. Ich glaube, er war sogar schon mal hier oder hat zu euch noch nicht gesprochen. Aber er war schon im Umfang. Ich habe ihn auch eingeladen damals. Vielleicht kennen manche von euch. Das ist eine Gedichtbinde, das ist eine religiöse Lyrik. Er ist so ein bisschen arbeiter, Priester, Schulseelsorger, kleiner Bruder, war früher Studentenfahrer und Redenz in Freiburg. Und wir können uns auch Studenten sein. Er schreibt den drei evangelischen Reden. Armut, innere Leere, bläht das Äußere auf und braucht viele Masken. Die Wahrheit ist nackt und ohne Umkühlungen nur spürst du die Hauptnähe Gottes. Je ausgelehrter die Hände, umso empfänglicher für das Unverdiente. Niemandem besetzen, damit der andere sich aus freien Stücken geben kann. Nichts besitzen, um von nichts mehr besessen zu sein. Nicht alles haben, alles lassen können, macht heilig. Zum Gehorsam. Auf wen hörst du? Könnte man auch. Im Hinblick auf den Aufruf zum Ungehorsam sagen. Auf wen hörst du? Wem gehörst du? Wer nur sich selbst gehört, hat sich schon verdammt zur Eigenhülle lebenslänglich. Dass du umsonst geliebt bist, was deinen eigenen Mut gehört, das taugt nicht. Es muss dir gesagt werden. Und du musst es hören und im Wort der Liebe zittern, gehorchen, liebend wirst du nichts mehr wollen, im einsamen Eigenwillen. und nicht mehr gilt. Mach, was du willst. Nur noch antworte der Liebe und tu, was sie will. Zur Ehrenlosigkeit. Zur Ehrenlosigkeit. Der Platz neben mir? Nein, er ist nicht mehr frei. Er ist schon besetzt. Ich halte ihn frei für einen anderen. Der explosive Platz in mir? Der einmalige Platz der großen Liebe? Nein, er ist nicht mehr frei. Jetzt reserviert einem anderen. Der aufgesprachte Platz, immer noch leer wie eine offene Wunde, wie gerne würde ich all mein Erleben teilen, wie mit einem anderen. Leerstell in meinem Herzen. An wen kann ich mich lehnen? Meine Augen sind müde vom Warten und Weinen. Wo bleibst du? Ich wünsche uns einen guten Nachmittag.